Hat er gerade noch etwas Interessantes gefunden. Es hat vier von diesen roten Büschen rund um den Hühner Stall. Heute gibt es noch ein neues Kälbchen. Ein spezielles Kälbchen. Das ist wahrscheinlich das letzte Kälbchen des Jahres. Wir kälbern ja saisonal ab. Diese Kälbchen sind auch noch nicht so alt. Alle sind zwischen Februar und April auf die Welt gekommen. Das ist jetzt das letzte Kälbchen. Wir haben jetzt 23 oder 24 Kälbchen. Heute war ich nur am Morgen schnell im Stall. Das habe ich selber gesehen. Sonst war ich nicht daheim. Ich war im Betrieb, in dem ich letztes Jahr gearbeitet habe. Oder bis Ende letztes Jahr. Dort haben wir nämlich noch Legehühner. Legehennen. Das waren 18'000. Das ist das Maximum, das man in der Schweiz haben kann. Wir haben für die Schweiz nicht mehr als 18'000 Tiere auf einem Betrieb. Und sie haben eine Freilandhaltung. Ich denke, ich kann dir auch noch zeigen, wie es dort aussieht. Der Aussenbereich ist sehr gross für so viele Tiere. Und heute Abend... Also jetzt ist... Hey! Jetzt steht man auf den Fuss. Jetzt ist es 6 Uhr. Und heute um 20.30 Uhr noch ausstallen. Auf diesem Betrieb. Und weil er noch keinen Angestellten hat. Deshalb Chef. Also mein bis letztjähriger Chef. Den bin ich mir heute noch auszuhelfen. Und auch diese Woche noch. Heute haben wir alles vorbereitet. Wir haben die Wintergärte schon gemistet. Und alles eingerichtet für das Ausstall heute Abend. Und dann... Dann bin ich auch sonst noch die Woche bei ihm am helfen. Um alles zu mischen und so. Weil für so einen grossen Stall braucht er natürlich viel Zeit. Und gibt da recht viel Arbeit. Bin mir dann noch nicht sicher, wie viel ich zeigen kann. Und wie viel ich überhaupt filmen werde. Jetzt nicht, weil man irgendwas zu verbergen hat dort. Weil es nicht ein Riesenbetrieb ist. Sondern mehr einfach, weil es halt auswärts ist. Zum Beispiel bei jemandem fremden See jetzt mal. Und das ist immer noch etwas anders, als wenn man zu Hause am Filmen ist. Und auch sonst von der Arbeit her. Es ist halt viel Misten und Waschen. Und alles vorbereiten nachher. Das ist jetzt nicht extrem interessant. Also im Sinn von, ich kann viel dazu erzählen. Ich werde sicher ein paar Sequenzen zeigen. Aber vom Ausstallen und so werden sicher keine Aufnahmen machen. Weil es ist dunkel im Stall. Dass die Höhner ruhig sind. Weil es ist ja halb neun ist nacht. Normalerweise schlafen um diese Zeit. Und dann macht es keinen Sinn zu filmen. Und es ist auch so, den Ausstallen will man etwas vorwärts machen. Dann hat man auch noch Zeit, um hier überall Videos zu machen. So, heute haben wir den Hühnerstall rausgemistet. Das war ein Bordermist gewesen. Und alles richtig staubig. Das ist jetzt alles mit dem Laubbläser noch abgeblaset worden. Das ist jetzt soweit bereit zum Waschen. Mit dem Morgen eine Putzegippe. Ich glaube die 6 oder die 7. Und die könnten da alles mit dem Hochdruckreiniger schön sauber machen. Es hat vier von diesen roten Büsschen rund um den Höhnerstall. Das sind die von der Putzegippe. Die sind die 7. Die sind am Höhnerstall waschen. Man sieht das hier auch. Da ist jetzt alles einschamponiert. Die haben heute Morgen am 7 Uhr angefangen. Und sollten heute Abend fertig sein. Die arbeiten eigentlich in einem Tag. So, dass wir den ganzen 18.000er Stall putzen können. Die machen hier abruflich. Die gehen hier von Stall zu Stall. Und putzen hier alles. Die Hochdruckreiniger und alles, was wir brauchen zum Putzen. Die macht also professionell. So ist es natürlich sehr effizient. Wenn die hier öfters machen. Die wissen wie das geht. Wenn wir hier jetzt selber putzen müssen, dann geht es viel länger. Ich bin hier das Waschwasser am Ausbringen. Ein Fendt für das 16er und ein 7,5 Kubik Schüttefass. Das Waschwasser läuft alles dort rein. Und das bringe ich jetzt aufs Feld raus. Deshalb ist es noch nennt. Jest für dich. Ich bin jetzt hier auf dem Feld aus, da ist grödingig und da bringe ich jetzt das Wäschwasser raus. So, ich zeige euch jetzt mal den Auslauf der Hühner, ich stelle hier gerade auf die Sektor, von dem wir einigermassen gute Aussicht haben. Hier hinten ist der Stall, hier ist der Wintergarten, hier ist ein Allwetterplatz, dasselbe auf der anderen Seite des Stallnommel und hier ist der Auslauf. Hier hinten um die Ecke ist eben der andere Teil des Wintergarten und der Auslauf. Und hier, ich weiss nicht wie gut, man verkennt dort vorne das Gel ist der Raps, bis dort hin könnte es gehen. Und hier, dort wo die weissen Folien sind, hat es auch noch einen Haag, also da geht alles hier durch, bis dort vorne. Also hier ein riesiges Gebiet, wo es rausgehen könnte. Dann hier die Wäge, die hier jetzt noch weiden, da jetzt nochmal so Unterstände, wo es runter könnte. Das ist so auf der Tür noch ein wenig zum Schutz. In der Natur würden sie auch nicht einfach auf den offenen Flächen herumlaufen, sondern die würden sich gerne ein wenig verstecken unter den Sachen, auch von Raubvögeln oder sonst irgendwelchen Fressfeinden. Wir sind jetzt hier am LEDs installieren. Ich bin jetzt hier bei dieser Bahn. Und hier drin kommt auch noch eine LED-Streife vorne. Da hält es auf der anderen Seite so schon. Hier ist eigentlich schon fertig. Hier in der Voliere drin hat es LEDs und hier drunter auch. Und das ist ja so, weil die Hühner sollten in den Legnester liegen. Das sind die hier, die sollen da rein gehen. Und weil Hühner gerne dunkel haben. Also das ist von Natur aus, die gehen auch immer unter die Püche, gehen die Eier legen. Weil es ganz dunkel ist, beleuchten wir jetzt hier drin und hier drunter, dass es hier möglichst keine Eier hat. Weil die Eier, die da unten sind, muss man alle mit dem Rechen führern holen. Und das ist mühsam, weil die liegen dann im Dreck. Dann sind die Eier dreckig. Es ist mühsam, weil man zusätzlich Aufwand hat. Also wollen wir das möglichst vermeiden. Und eben darum gehen wir jetzt hier so LEDs rein. Die haben wir jetzt gestern gemacht. Jetzt kommt eben da drunter nach. Und da rein kommen jetzt heute noch die LEDs rein. Und dann ist dann wieder alles schön beleuchtet. Und da sind eben die LEDs. Und da fällt noch etwas auf bei den Legenestern. Es fehlt noch da drin. Da haben wir jetzt auch mal ersetzt. Chef hat jetzt heute Morgen da hinten die Reihen schon fertig gemacht. Und zwar sind da die, ich glaube man sieht es da, und da vorne da. Die Legenester. Das Ding ist, die hat man jetzt auch mal ersetzt. Seit, ich weiss nicht, vor mehr als 10 Jahren. Ich glaube, 2010 bin ich mir nicht ganz sicher. Oder 11 haben sie den Stall gebaut. Und seit da haben sie immer die ersten Dinge gehabt. Und jetzt sind die recht kaputt gewesen bei den alten. Die hat man jetzt rausgeschmissen und ersetzt auch die. Die. Weil das sind so, ich weiss nicht mehr, so Borsten. Und die haben scheinbar Weichmacher drin. Die mit der Zeit halt dann rausgeht. Und dann sind sie ganz hart gewesen. Und die Hühner sind nicht mehr so gerne reingegangen. Darum hat man jetzt die auch ersetzt. Ich will hier noch etwas sagen. Hier ist der Hühnerstall. Denn hier gerade nebenan hat es ein Rapsfeld. Und wir müssen mal hören. Ich weiss nicht, wie gut man es hört. Aber wenn man da schaut. Da hat es überall so Bienen. Richtig viele. Wir haben davon mal hoch gerechnet. Wenn man jetzt hier auf dem Quadratmeter schätzt, dass es 5 Bienen hat. Und ich glaube, da hat es schon. Weil schau so. Eins, zwei, drei. Gut, ich sehe jetzt gar nicht mehr hier vier. So. So. Ich fahre jetzt zum Teil auch noch mehr als 5 pro Quadratmeter. Wenn man da hochrechnet. Wenn man da hochrechnet. Das Stück ist jetzt so 3 Hektare. Dann sind es auf der ganzen Fläche 150.000 Bienen. Also das ist schon noch sehr beeindruckend. So. Der Hühnerstall ist für diese Woche fertig. Wir haben die LEDs fertig rein gemacht. Und die Nestböden haben wir auch schon ziemlich viele gemacht. Die machen wir nächste Woche fertig. Ich bin jetzt hier noch in der Kiese. Ich zeige euch, wie weit sie schon sind. Das letzte Mal waren sie noch richtig am Blühen. Jetzt sind sie schon verblüht. Also die haben sie jetzt schon richtig vorwärts gemacht. Sie sehen jetzt schon ein bisschen mehr aus wie Kiese. Diese Woche hat der Papi, glaube ich heute, Nein, gestern ist er noch zu düngen. Er hat nochmal Blattdünger gegeben. Nochmal Stickstoff. Und heute hat er nochmal gespritzt gegen Fungizide und Insektizide. Einmal gegen den Schallenwickler und einmal gegen Monilia und Schrottschuss. Dann sollte er auch wieder geschützt sein. Ich habe da gerade noch etwas Interessantes gefunden. Hier hat es noch ein Nestchen. Sogar mit Eier drin. Der Vogel ist mir vorher gerade um die Ohren geflogen. Also der ist wirklich bei hier hergeflogen und ist ja gerade vorgeflogen. Darum habe ich es gesehen. Und hier eine Kieschanlage, die eigentlich gleich gespritzt wird. Und viel gefahren ist. Also man sieht, so schlimm kann ja da offensichtlich gar nicht sein. Ähm. Ich wollte noch sagen, diese Woche war ja ziemlich kalt. Bei uns war die tiefste Temperatur 0,5 Grad. Ich habe noch sogar bei dieser Anlage gesehen. Die haben die Kerze aufgestellt und geführt. Die mussten wir auch schon machen. Weil eben wenn halt die Kieschanlage blühen sind, dann ist es sehr heikel. Oder sind es anfällig auf kalten Temperaturen. Dann können sie verfrüren. Da war es meistens so bei minus 2 oder minus 3 Grad. Jetzt sind sie damals schon recht weit gewesen. Also die Wochen, ich meine die sind jetzt, die sind Anfangswoche noch nicht viel kleiner gewesen. Darum sind tendenziell wahrscheinlich eher noch etwas Kältebeständiger. Also sie hätten wahrscheinlich mehr verleiden als auch schon. Aber wie viel genau kann, kann eigentlich niemand zurecht sagen. Ähm. Man sagt so, wenn sie in der Blüte sind minus 2 bis minus 3 Grad, dann könnte es gefährlich werden. Das ist jetzt zum Glück nicht gewesen. Nur 0,5 Grad ist bei uns die kälteste Temperatur gewesen. Und darum sollte der Kieschanlage nichts gemacht haben. Also wir würden auch sehen, wenn sie so verfrüren wären, würden sie so schwarz werden. Und da hätte es bis jetzt noch keine gehabt. Noch schnell zur nächsten Woche. Es sieht aus, als wäre es wärmer werden. Das Wetter wird wieder besser. Das heisst, wir werden wahrscheinlich im Mai. So wie es aussieht, fangen wir am Sonntag schon an. Und dann Zestagabend salieren. Weil am Mittwoch ist ja Tag der Arbeit. Dann haben wir frei bei uns in Thurgau. Darum werden wir dort frei machen. Und am Montag bin ich wahrscheinlich wieder im Betrieb, den ich diese Woche am Arbeiten war. Dort machen wir dann auch Mai. Sonntagabend bei uns Mai oder Sonntag noch. Und am Montag dann dort. Und auch wieder noch ein paar Sachen im Hühnerstern machen. Genau. Das ist so ein Programm für nächste Woche. Die Woche ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.